So, jetzt wollte ich mal, was wollte ich denn spielen hier? Wendepunkt stand dort. Genau, Wendepunkt. Gucken wir mal, was das jetzt ist. Und ja, mal gucken mal. Uh, was haben wir denn da? Er fordert dich selbst und erntet den Lohn. Okay. Da muss ich wahrscheinlich noch so einen Back runterladen. Oh, ihr dampft aber schon ganz schön, ne? Brennt der Wald weg hier, oder was? Meine Güte, ey. So, na, bin gespannt, was das hier ist. Also hier war ich auch noch nicht gewesen, bei der Map. Schön. Brennt irgendwie alles weg. Ne? Gucken wir mal. Ob wir hier was... Boah, alter, ob wir hier was machen können. Heißen die Rebellen von den Kontrollpunkten her! Ah, ich will sogar... Ich will sogar... Ich will sogar was Loses hier, oder? Leute, ey. Gucken wir, ist einer. Ist jetzt meine Bombe hochgegangen, oder nicht? Die Rebellen übernehmen einen Kontrollpunkt! Wir müssen sie stoppen! Oh! Oh Gott! Das ist ja was los hier, Leute. Hier ist ja was los! Ach seh, du musst die Bunde verteidigen. Jetzt seh ich es. Okay. Ist auch nicht schlecht, die Map, aber... Ich bin dann bald halt, ne? Oh, wenn ich jetzt so abstürze, ey, Leute. Bin ich ja jetzt schon vorher tot. Was ist denn hier, ey? Wo muss denn alle hinwollen? Das Rücken schlacht, ach du meine Güter! Na, na, ich verlebt von der Stadt. Äh, nicht schlacht. Die Stadt! Verdammt, oder? Oh, verdammt, oder? Komm weiter. Gleich verlieren wir einen Kontrollpunkt an die Rebellen. Was könnte sein? Ist schon möglich, Oles, ja. Ich weiß nicht, ey. Ich weiß nicht, was hier Phase ist, Mann. Hätte ich vielleicht unten bleiben sollen. Na, egal. Die Rebellen haben uns zurückgedrängen und wir setzen einen Kontrollpunkt. Okay. Oh Gott, hier geht's zur Sache, Leute. Hier geht's zur Sache. Aber alle gucken wir gar nicht durch hier, was hier Phase ist, ey. Ach, wenn ich immer zu gut achte. Ja, ist ja gut, Mann. Ich soll nicht immer aus der Schlacht raus bin. Bin gleich im Eimer, ja. Oh, ich bin im Eimer. Ich habe selber kein Geld, aber gar nicht. Meine Güte, ey. Das ist ja eine Schlacht, hä. Sie wollen einen Kontrollpunkt übernehmen. Schlagt sie zurück. Echt? Ja, ich gebe mir doch Mühe. Ich gebe mir doch Mühe. Ich habe Mühe, ich habe Mühe dabei. Wie hast du denn? Wie dampft es aber, hä, Leute? Mei, oh, mei. Oh, alter Schwede. Spinnweben. Durch die Spinnweben. Da hast du ein Spinnweben, ey. Okay, zu mir. Okay, mal gucken hier. Oh, da wäre ich schon wieder abgeschossen von irgendwas hier, Mann. Wir sammeln! Wir haben einen Kontrollpunkt verloren. Echt? Lass mich mal gucken hier. Ah, 40, zack. Das ist scheiße, oder? Das sind ja so viele Leute hier aber in Schlacht, ey. Oh, jetzt hat es mich auch abgeschossen. Von hinten hat es mich auch abgeschossen. Jetzt hat es mich auch abgeschossen. Hm, gut. Komm weg hier, ich will hier durch. Durch die Güte gehe ich jetzt hier. Ich liebe Wöhlen. Na, Minecraft und so. Ist er weg, ist er weg? Hier kommt er erst weg. Das ist ein Tropfsteinhöhle, ja? So eine richtige Tropfsteinhöhle. Das ist auch was Schönes. Da war doch jemand hier vorne. Oh, verdammt, oder? Den hatte ich ja fast erwischt, Mensch. Habe ich ja fast. Aber nein, der Wasserfall wird eben blockiert. Ich geh jetzt mal hier lang, Mann. Immer zu, das Geier hier da oben, da unten, da unten, was weiß ich noch alles. Dann muss ich doch wieder runter. Mann, Mann, Mann. Alter, was ist denn hier los? Ich weiß gar nicht, was ich schieße. Oh, hab ich da haben wir auch jemanden abgeschossen? Wow. Oh, okay. Hallo, was ihr denn? Ich kann die Adler, mein Lieben. Ich hab die Bombe. Die Bombe. Ist mit mir gestorben, die Bombe. Also das ist auch nicht so schön, die Map, muss ich sagen. Ich blick ja gar nicht durch, wo ich hinladen soll. Also ich meine, ich weiß schon, wo ich hinladen soll. Man sieht es ja doch, ab der Karte da unten, ne? Aber, ähm, das ist hier ein Auf und Ab hier. Das ist gar nicht so... Einfach. Aua, schon wieder von hinten, Mensch. Sag mal. Was ist denn da los? Die müssen doch... Was, doch Augen hinten, ey. Das war ja noch cool, das aber Augen hinten, ey. Ich will eigentlich mal diesen Punkt hier vorne erreichen. Schaffst du das mal irgendwann? So einen Punkt zu erreichen? Wir verlieren einen Kontrollpunkt! Naja, ist ja gut. Was ist denn da dabei hier? Guck mal, wie da bei mir sind. Oh ne, bin ich vielleicht in Sandswo gelandet, ey. So ein Gebisch kann man sich auch nicht verstecken, ne? Ja. Hm, meine Güte, oder? Ne, also das ist auch nicht so mein Mäppchen, muss ich sagen. Dann lieber diese Druiden-Sache. Die ist immer ganz cool. Ich glaube, ich tue auch schon wieder hier vom Ding weggehen. Vielleicht meckern sie sonst wieder rum hier. Äh, mal kurz Luft holen hier. Aber das bringt eh nichts, die Luft holen hier. Oh, das ist ja, äh, Miner gewesen. Sorry. Bang! Oh, bang! Wir verlieren einen Kontrollpunkt! Ja, ist ja gut. Ich will die Adler mal leben, wieder. Ich sehe immer gar keinen Mensch. Oh Gott, mach mal. Das ist scheiße. Einfach mich mit mir neiggefeuert, hä? Ich sehe immer noch meine, oder? Ja. Nehm ich wieder hoch hier? Nee, ne? Ich biete einfach jetzt hier einem den scheiß Felsen. Mist, oder? Oh, was jetzt? Oh, es hat mich doch jemand erwischt, Mensch. Hat es mich doch erwischt hier. Mist, wahr? Also hier ist mir nicht ein bisschen schlecht. Muss ich sagen. Es sind einfach zu viele Leute hier auf einem Fleck, ne? Oh gut, das ist nicht schlimm. Bei Händen schießt irgendjemand hier. Alter, bin ich immer noch im, im, im Schuss fällt hier. Komm, komm, komm. Leben, 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 leben. Danke fürs Leben. So, okay. Okay. Sehen wir da nichts hier. Ich sehe wieder kein Feind, ich muss ein Feind. Wenn ich einen Feind gesehen habe, bin ich schon eh wieder am Eimer West. Verdammt, habe ich überhaupt schon was abgeschossen? Oh, einen der Wegen hier. Wahnsinn. Müssen wir da gerade abgewesen sein, wa? Da wiegen einen. Alter, hier ist was los im Welt. Meine Güte. Hier ist was geboten, heute. Los, 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 los. Einen, hab ich den erwischt? Weiß ich's nicht. Ich den erwischt habe, keine Ahnung. Ist egal. Oh, ich weiß, ob er geschossen hier. Hinten. Einen Kontrollpunkt. Naja, macht nichts. Oh, Sieg. Wir haben Sieg. Ist ja Wahnsinn. Ist ja Wahnsinn, Mensch. Wah. Sieg. Wah. Das ist ja Wahnsinn. Ist den nächsten Mal bei.